Und da spielen die beiden hier clever auf. Da bleiben sie cool, gutes Abspiel und dann natürlich kein Problem. Jetzt steht's hier 2 zu 1, eine enge Kiste. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt ist der Ball dort auf weg, gut aufgepasst und verteidigt. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Dann Wurz, gute Aktion vom Torhüter. Noch ein Tor, was für ein Lauf. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Im zweiten Versuch machen sie hier das Tor. Und jetzt müssen sie auswechseln, der Spieler ist zu stark verletzt. Ich hoffe mal, dass es keine allzu schwere Verletzung ist. Nach diesem Treffer steht es nun 3 zu 1. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020